Hallo, ich hatte bei Grafdesign bestellt und ja das Paket kam gerade an. Da möchte ich euch einmal zeigen was ich bestellt habe. Also ich hatte schon aufgemacht die Rechnung rauszuholen, um euch die Preise zu sagen. Da ist dann so ein Zettelchen dabei. Verpackungspapier, das ist wie meine Seite. Mein Geschenk. Aber da gucken wir dann gleich rein. So sieht das einmal aus. So, dann fangen wir einmal an. Ich habe ein Versiegelungsgel bestellt. Dünnviskos, 5 Milliliter, 3,50 Euro. Ich finde die Tegelchen richtig schön, die sehen richtig edel aus. Dann habe ich mir nachtleuchtende Einhornpünktchen bestellt, 1,99 Euro. Die sehen so aus. Warte, ich mache die euch einmal auf. So sehen die aus. Ich bin gespannt. Da leuchte ich im Dunkeln. So, dann hatte ich mir bestellt 25 Colourpops. Die nehmten ja die Sticks davon. Diese hier. Da habe ich jetzt für 25 Stück 3,75 Euro bezahlt. Also da kann man echt nichts sagen. Die benutze ich wirklich sehr gerne. Dann habe ich mir bestellt Transferfolie rot. Transparent Herzchen mit Pünktchen. So sehen die aus. Hat gekostet 66 Cent. Ich fand die ganz süß. Dann habe ich mir noch einmal Transferfolie kunterbunt bestellt. Die sieht so aus. Aus 66 Cent. Hier spiegelt jetzt nicht so sehr. Das lege ich hier hin. Dann habe ich mir, ähm, ja, Tattoo Sticker, Wraps, ähm, Stricke nach Maß bestellt. 99 Cent. Die sehen so aus. Irgendwie sehen die genial aus. Ich weiß nicht. Glänzt dazu sehr schön. Was ihr da überhaupt sehen könnt. Packen wir einfach mal aus. So sehen die aus. Ich fand halt mal eine süße Idee. Hab ich schon gesagt, wie teuer die war. 99 Cent. Und dann habe ich mir bestellt. Na komm raus. Glaseffektfolie. Die hat 1,11 Euro gekostet. Die wollte ich auch mal austesten. So. Und dann habe ich gesehen, war da ein Geschenk dabei. Wollen wir mal gucken. Den sind so richtig schön. Ja, wie nennt man das? Organza-Stoff. Das ist ein lilanes Tütchen mit goldenen Herzen drauf. Und da war drin. Ach cool. Solche Schablonen. Das ist ja schön. Das sind ein paar. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Stück. Das ist ja cool. Da kann ich ja mal üben. Und hier sehen solche Federn. Die sehen ja auch toll aus. Hab ich auch noch nicht mitgearbeitet. Aber wie das so ist, man lernt ja nicht aus. Ja, das war meine Bestellung bei Grafdesign. Also über das extra. Da freue ich mich richtig. Cool. Ähm. Ja, das war mein Einkauf da. Auch da. Lieferung sehr schnell. Und dann werden wir uns mal ein Austesten ran machen. Na, wieder da rein. Gut, dann mache ich euch noch ein Foto und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.